Nico? Ja? Man sieht die Truppen gar nicht mehr. Ja? Selbst wenn ich die platziere. Alles gefixt, gar kein Problem. Mach ein Loch in die Mauer. Sag mal, wollen wir vielleicht... Vielleicht, vielleicht... Ähm, alles in den großen Tresor. Ich weiß nicht, also zumindest die Rohstoffe. Können wir? Weil, ganz ehrlich... Können wir einen ausblenden? Chatfenster einen ausblenden. Wie habe ich denn aus Versehen? STRG und T gleichzeitig gedrückt. Mir ist kalt. Ihm ist kalt? Dir ist kalt! Junge, du hast einen Wolfspelz an. Was bist denn du für eine Muschi? Ja, aber das ist normal. Die sind echt kalt. Aber krass wusste ich nicht. Pyramiden bauen? Pyramiden kann man auch bauen. Nico, ich pack mal alles in die große Truhe. Okay. Dann kannst du... Ich weiß nicht, wie viel reinpasst. Ich knall mal alles neu. Jojo, gut. Da wird schon bisschen was reinpassen, oder? Ja, alt F4 hilft immer. Das ist so die... Das Patent für alles eigentlich. Jan will sich löschen. Was? Das ist sowieso kalt. Also wir haben tatsächlich... Wir haben unser modulares System für die Behausung hier gedacht. Also das heißt, du kannst immer anbauen im Grunde genommen. Gut, vielleicht musst du ein Stück Mauer mal abreißen, aber ansonsten ist das wirklich modular gedacht. Du kannst halt höher stapeln. Deswegen sind wir Hochstapler. Und... Ja, kannst du ziemlich viel noch machen. Ähm... Pyramide war auch nice. Hab ich noch gar nicht angedacht. Ich lösche mich sicher nicht. Achso, okay, gut. Ich frag für nen Freund. Der Freund sagt, du solltest... ...dorüber... ...nicht nachtrinken. Wie heil ich mich denn? Mit... äh... Getränken. Also mit... ...so trinken. Okay. Hat dir jetzt sehr viel weiter geholfen, wie ich höre? Ähm... Was? Er hat mich was gefragt? Was? Hast du mich grad was gefragt? Nee. Der Jan stiftet Verwirrung. Ja, ich mein schon. Ich glaub ihm nichts mehr. Wir... Wir stellen Jan... äh... Jans... äh... Authentizität. Hallo? Wo ist denn das Ding? Hier. Äh... In Frage. Ich pack einfach mal so die... Die... ...quatschsachen mal hier rein. So die Bausachen und so. Ey! Kommt nur noch von ihm. Das ist typisch Jan. Das sind... Das sind seine Verwirrungstaktiken. Weißt du, Nico? Glaub ihm das nicht. Boah, der Jan ist schon wieder traurig wegen uns. Das ist furchtbar. Wir sind so unfreundlich zu ihm. Ach ja übrigens... Was? Einfach weghören, Jan. Alles gut. Was soll denn das heißen, Nico? Verbündest du dich jetzt mit ihm? Also ich geh dann lieber zum Chris. Der hat mich lieb, ja? Ach man, ey. Das mit den Truhen ist jetzt schon ein bisschen ätzend grad. Ich brauch einfach so einen blöden Trank, um mich zu heilen. Und der ist hier hinten. Die sind hinten alle. Wo hinten? Im Großen? Wo hab ich denn die Sachen hingeräumt, Nico? Ach so, du hast wirklich alles da reingeräumt? Fast alles. Außer so Bausachen und so. Okay, ich hab halt keinen Schimmer, mit was ich mich aloe trank. Ja, genau. Ist es sowas zum Beispiel, oder? Ja. Ja, ja. Also der Chris, der spielt immer mit nem weiblichen Charakter. Aus Gründen. Aus Gründen. Ich weiß nicht, welche Gründe. Ich weiß nicht, welche Gründe er meint, Nico. Was denn? Bist du gestorben? Falschen Knopf gedrückt. Was ist passiert? Oh, okay. Musst du alles wieder reinräumen? Ja. Immer zwei gewichtige Augen... Chris. Chris. Wirklich. Verderbter Stein. Das hört sich irgendwie nicht deutsch an. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall... Doch, es hört sich deutsch an. Also auf jeden Fall, Chris, weiß ich auf... ... ... ... ... ... Also Chris... Ich versuch's jetzt zum zwanzigsten Mal. Also Chris, das heißt... Ja, also Chris... ... ... ... ... ... ... ... ... Aber ist das, jetzt mal was anderes, ist das schlimm, dass es ihm immer kalt ist? Nö, nö. Hier macht es keinen Unterschied. Du wirst aber irgendwann Rüstungen brauchen, die bissle wärmer sind als kalt. Okay. Dieser Satz, dieser Satz gerade hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Die bissle wärmer sind als kalt. Oh, ich lasse mich los. Das ist furchtbar. Nee, ähm, genau. Schöner Rüstungen. Ähm, wer war jetzt kalt? Ich weiß auch nicht. Voll gut. Ah, meine Güte. Nachts ist kalt, der ist draußen. Ist echt so. Oh, Nico, wo sind unsere Sachen? Unsere Truhen hier. Unsere Schlaftruhen. Ach, stimmt, ja. Ah, sehr gut. Ich könnte dir natürlich eine Rüstung machen für Winter. Ja. Würde ich auch gut finden. Aber da mach ich still. Falls wir mal in die Schneegebitte gehen, oder? Bitte mal. Ach, oh ja, Schneegebitte. Ich verstehe den Mann nicht. Ähm, genau. Ähm, Rüstung. Weil dann würde ich es einfach beide drin lassen. Und dann kann ich hier noch ein Herz zwitschen. Zwitschen? Mhm. Ah, ich hätte hier was für dich. Hyrkanische Sachen. Und nun die Wetteraussichten. Nachts weiter im Dunkeln. Und dann brauchen wir von gelegentlichem Sonnenschein. Äh, ja. Ich kann da auch nix für. Die sind jetzt gemeint zu mir. Also, haben wir jetzt alles, was in den Truhen war, da reingepackt, oder? Also, ja, die, diesen ganzen... Oh, ich brauche mehr, da habe ich es echt wegmachen. Also, wenn das irgendwie geht. Nico, haben wir noch Fell? Jetzt mobben wir dich. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir müssen Fell haben. Ich guck mal. Ja, wir haben Fell. Die Felle schwimmen mir weg heute. Ich bin zu doof. Bin überlastet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ich habe jetzt mehrlagiges Fell für dich. Ich mache dir nicht hochk... Mehrlag... Mehrlag... Mehrlagigstressenfell. Mehrlagigstressen. Äh, nein, Jan, es wollte nicht... Nein. Sehr schön. Ich habe gerade die Third-Person-Perspektive aufgemacht. Bist du denn? Ja, First-Person. Es geht auch, ja. Kannst du auch machen. Du spielst aber... Third. 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 Boah, in diese riesige Schatzkammer geht ordentlich was rein. Das ist sehr nice. Der Trost schießt er. Ähm... Was? Nix. What he says? What he says? Was sagt er? Oh. Habe ich irgendwas Falsches gemacht? So, rück ins Inventar. So, rück ins Inventar. In die würde sogar Karuma passen. Ne, der hat einen zu langen Hals. Woher weißt du das? Weiß ich nicht. Hat mir, hat mir, hat mir denn, äh, Jan mal verraten. Achso. Nix. Ähm... So, ich mach dir mal deine Sachen. Was ist denn hier jetzt los? Okay, äh, gut, das war's dann noch nicht. Äh, sechste Person, was? Ups. Ja, manchmal. Manchmal weiß ich auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Drei. Ich find unsere Terrasse schon cool eigentlich, ja? Drei. Drei. Fünf. Da hast du deine Rüstung. Probier sie mal an. Hier. Oh, ja, warte. Aua. Was war denn das? Ach, mein Gott. Die Stacheln, die Stacheln. Okay, gibt's hier irgendwo keine? Du kannst mich auch Alex nennen, ne? Was? Nein! Jetzt auch. Nico? Ja. Nico? Ich bin sofort bei dir. Ich mach grad noch die Schatztruhe voll hier. Okay. Jetzt auch. Du bist so... Was ist? Hast du das gerade mitbekommen? Was hätt ich dir aufgemacht und mich voll an die Seite gedrückt? Was ist das? Du rennst einfach an mir vorbei. Das hab ich nicht gemerkt, ne? Das ist echt so... Der Nico, voll der Assi hier. Zeig mal. Oha. Bösch. Ja. Ist stich wichtig. Jetzt ist... Kalt. Warm. Mir nicht mehr warm, oder? Jetzt ist es mir angenehm so. Ja, weißt du denn, Nico? Oha. Und nicht mal dankbar. Nicht mal. Danke, Alex. Für deine Mühe, dass du so lange daran gedacht hast. Nö. Nico, wo ist meine Rüstung? Meine dicke Rüstung Niko? Die ist alles hier drin Ich hab Angst, dass die Truhen so backen, dass alles weg ist Da hab ich keinen Bock drauf Alles klar, danke schön Mir ist nicht mehr kalt Ja, richtig, nicht warm Nicht warm Ach Gott, ne Niko, sag dich mal in deiner schönen Rüstung Ja In meiner schönen Rüstung Ja, in deiner anderen Es ist so, meinst du? Nee, der ist zu klein Die andere Ach so, okay Ich wollt mal sehen, ich wollt mal vergleichen Ich wollt mal was vergleichen Guck mal Ich habe das Gefühl Die haben genau Nee, nee, stell dich mal so vor mir Also neben mich gleich So, in meine Richtung guckend Bleib stehen So, ja Guck mal Die haben nichts anderes als das Layout vom anderen übernommen Und nur leicht angepasst Und dann hast du die andere Rüstung auch aus Ja, mei, das ist Voll krass Ja, gut Ich meine, damit sehen alle Rüstungen sehr ähnlich aus Gut, außer vom Bisschen vom Detailgrad natürlich Sehr vom Detailgrad Die ist geil Die ist Das gefällt mir Die ist auch gut Das ist auch wieder Sehr ähnlich halt Aber cool Ich find, also wie gesagt Keine Kritik Aus welchem Museum seid ihr ausgebrochen? Ah, bist du ausgebrochen? Keine Ahnung Nachts im Museum spielen wir hier gerade noch Ich wollt grad sagen Kennst du nicht die goldene Steinplatte und so? Die liegt oben Bei mir in der Schublade Oh, Nico So nennst du also dein Vibrator Ach, oben sind ja auch noch Drohnen Oh, nee Nee, die hab ich fast schon alle ausgemacht Fast alle Ja, wobei die hier nicht Ehm Achso Hey Da war der Gong Was war das denn? Oh mein Gott Wer ist der Gerät hier? Der Gerät Der Gerät wird nie müde Ich überleg grad, was wir machen wollen Weil ich würd gerne einmal ein bisschen mit dir reisen vielleicht Ja, aber die Uhrzeit Die spricht leider dafür Der Gong war schon eigentlich so Okay Zeit fürs Bett Tschüss Schule Oder Oder Schule aus Schule Was ist denn eine Schule? Schule Schule Boah, der Dude ist schon echt schnell Oha Sorry, ich hab Flattolinsen Ja, ich wollt grad sagen So hört sich's an, wenn du in die Porzellanschüssel rein Aber sowas von Aber länger Geh erst länger Das ist, wenn ich Chili gegessen habe Und Das ist, äh Wenn ich zu viel Bier getrunken hab Alex hat das Horn gebläht Ja, was ist immer Das, das geht Okay, nee gut Äh, wenn du jetzt gehen solltest Würde ich In den Norden Ziehen Norden Ja, Norden 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 Ja Ich werde mich jetzt ins Bett hier legen Tschüss, guten Nacht Ja, hau mich doch Beziele ich Diese Herzensliebe hier Äh, warte mal Wie geht's ins Bett? Ach, hier hat alle Wie oder wo? Dann würde ich noch ein bisschen weitermachen Ich würde noch ein bisschen weitermachen Ja Ich wünsche euch allen zusammen eine gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ähm Da bin ich Allen, die noch beim Alex im Stream sind Und auch die bei mir noch dabei sind Äh, gutes Nacht, die Lein Alex, wir Wir hören uns und Ja Wie Spaß noch Jo Wir sehen uns morgen eh wieder Also Äh, ah ja, stimmt, genau Bis morgen Alter, ich bin einfach fast tot Weil's zu kalt ist Ich bin tot, krass Alter, ging das schnell Oha Dann kuschel dich mal schön ein Bis morgen Ciao Ciao, bis dann Okay Das ist ja übel, Alter Das ging ja super schnell Fuck, wie soll ich das jetzt überleben? Nico? Ja, der ist nicht mehr da Alter, wie krass das Wurde es getötet ist durch dir Was soll das heißen? Okay, das heißt Ich würde mir nochmal eine schwere Rüstung machen Nimm ne Heizung Ja, ist echt so, ne? Nimm ne Heizung mit Aber voll krass, wie schnell das ging Ich war gerade Etwas überrascht Eins, zwei, drei, vier Fünf So Ich mach mir auch mal ne Ah ne Perfektionierte Ich mach mal so ne Hyrkanische Einfach mal so Ich hab kein Gehörtes leer Eins, zwei, drei, vier, fünf Perfekt Jan Ich hab dich nicht mehr lieb langsam Ich sehe, was du da gemacht hast Ich hab dich über... oh fuck Oh nein Oh nein So, jetzt sollte ich für den Winter Gewöpnet sein Zumindest Zehn Minuten Zu überleben Ja Ich sollte hoch Du weißt, dass das einfach nur mehr Kellerarbeit bedeutet, ne? So We try it again Jetzt geht's mir gut Aber es ist trotzdem noch argi kalt So Ich hoffe, ich sterbe nicht weg Ne, jetzt geht's Krass Aber krass, wie Wie das mich vorhin runtergezogen hat Das ist etwas Da muss ich aufpassen So So hab ich vorhin gelegt Okay Ich bin hier Du bist hier Schnabeltier Ähm Ich hab noch ein paar Attributspunkte übrigens Vitalität Bisschen Vitalität hoch Bisschen Stärke hoch Vitalität Oh ja, das ist gut Das ist gut Oh, ich pack's nicht mehr ganz Egal Ich sollte es aber eigentlich schaffen zu überleben, ne? Ja Ich brauch nämlich Eis Oder so Schwarz Eis eigentlich Um ehrlich gesagt Das hier Schwarzes Eis Eis, Eis, Baby So, wer arbeitet Wer arbeitet, muss auch essen Ihr kennt das Spiel Okay Was haben wir denn hier so? Juhu Höre Eisriesen Ich höre noch mehr Eisriesen Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020